Kranky ist seit immer einer der weltweit wichtigsten Hardtop-Schiffsbau. Der Kranky M44 HT ist eines der jüngsten Projekte und repräsentiert die Entwicklung dieser Schiffstypologie. Die Linie ist sportlich, zeitgemäß und in der Version Hardtop mit der Brücke im Carbon-Look noch faszinierender. Das Deck besitzt die charakteristische Sonnenliege am Bug, das mit Glashaltern und Ablageflächen bereichert wurde. Die Sonnenliege am Heck ist großflächig, unversenkbar. Im Cockpit befindet sich ein Sofa für fünf Personen um einen ausziehbaren Tisch herum. Backbord befindet sich die Küche mit einer Chaiselange. Das Schiebedach bietet eine enorme Öffnung, damit man das Fahrzeug wie ein Open genießen kann. Aber es handelt sich um ein Hardtop und verfügt auch im Unterdeck über ein geselliges Amgente. Kranky ist meisterlich beim Ausschöpfen jedes Maßes. Und dies ist auch eine wichtige Begabung, da auf einem Boot nie genügend Platz vorhanden ist. Es gibt zwei Kabinen. Ein Bug zur Entspannung, sehr elegant und gut ausgestattet, mit zwei Schränken, einer Beautyzone und abschließbarem Bad. Die Gästekabine liegt zentral und hat drei Schlafmöglichkeiten. Eine an der Wand entlang und die beiden anderen können zusammengefügt und als großes Ehebett benutzt werden. Die bemerkenswerte Wohnigkeit ist das Resultat eines sehr gepflegten Projektes. Ausgestattet mit zwei Z-Antrieben, dem Volvo Penta D6 mit 330 PS, navigiert es mit einer optimalen Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 33 Knoten. Es handelt sich dabei um eine sehr hohe Leistung für Schiffe dieser Größe und Leistung. Es bietet eine leichte und angenehme Lenkung und auch die Bedienung der Klappen und des Trim sind weder kritisch noch schwierig. Die Schiffe der Cranky werden serienmäßig in hochindustrialisierten Werften produziert, um die beste Qualität zu den besten Preisen anbieten zu können und sind mit der fortgeschrittensten technischen Ausrüstung ausgestattet, um in jeder Situation den höchsten Komfort zu genäher leisten. In San Giorgio di Nogaro in Friaul zwischen Trieste und Venedig steht das Marine Test Center Italo-Monzino, wo man alle Schiffsbauten der Cranky ausprobieren kann. 365 Tage im Jahr. Musik 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 Musik